Herzlich Willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema LibreOffice Makros schreiben ohne Recorder. Die Beispiele, die in den bisherigen Videos gezeigt wurden, wurden mit dem Makro Recorder oder dem Dispatcher erstellt. Sie können auch Makros schreiben, die direkt auf die Objekte zugreifen, die in LibreOffice enthalten sind. Mit anderen Worten, sie können ein Dokument direkt beeinflussen. Die internen Objekte von LibreOffice direkt zu beeinflussen ist ein Thema für Fortgeschrittene. Ein einfaches Beispiel zeigt allerdings, wie dies grundsätzlich funktioniert. Ein Makro habe ich schon vorbereitet und zwar unter Extras, Makros, Makros verwalten, LibreOffice Basic, dann meine Makros, Test 2 aufgenommen und LibreOffice und dann bearbeiten. Und so sieht der Quellcode aus. Die Prozedur heißt hier LibreOffice. Es gibt zwei Variablen, die definiert wurden, ODOC und OCURSE. Dann diese Zeile. Hier bedeutet, diese Komponente betrifft das aktuelle Dokument. Dann gibt es eine IF-Bedingung und hier wird überprüft, ob dies ein Textdokument ist. Wenn ja, geht die Prozedur weiter und wenn nicht, gibt es eine Meldung. Und zwar die Meldung, dieses Makro arbeitet nur mit einem Textdokument und dann ist die Prozedur vorbei. Dann hier gibt es eine Abfrage des Zeigers von der aktuellen Steuerung. In der nächsten Zeile bewege ich den Mauszeiger zum Ende des Dokuments und dann zum Schluss füge ich den Text Hallo am Ende des Dokuments ein. So und gleich mal ausprobieren. Hier setze ich den Cursor zwischen Libre und Office und dann Makro ausführen mit F5 oder hier auf das Symbol klicken und dann steht am Ende hier noch Hallo. Und das gleich noch mal ausprobieren und zwar mit LibreOffice Calc mit der Tabellenkalkulation. Da müsste es ja jetzt hier eine Meldung geben, dass es kein Textdokument ist. LibreOffice Calc starten und Extras, Makros, Makro ausführen gleich mal. Und jetzt meine Makros. Test 2 aufgenommen, LibreOffice Calc und ausführen. Und dann kommt jetzt hier die Meldung. Dieses Makro arbeitet nur mit einem Textdokument. Ok. Es stehen zahlreiche Quellen zur Verfügung, die Hilfe bei der Erstellung von Makros bieten. Verwenden Sie zuerst Hilfe, LibreOffice Hilfe, um die LibreOffice Hilfe Seiten zu öffnen. Oder zu LibreOffice Basic bekommt man Direkthilfe unter help.libreoffice.org Viele gute Makros sind schon in LibreOffice enthalten. Verwenden Sie Extras, Makros, Makros verwalten, LibreOffice Basic. Um LibreOffice Basic Makros zu öffnen, erweitern Sie die Bibliothek LibreOffice Makros. Und zwar hier. LibreOffice Makros. Sehen Sie sich die einzelnen Makros an und versuchen Sie, diese Schritt für Schritt nachzuvollziehen. Das war unser Powerful-Rom-Screencast. Ciao und viel Glück! Bis zum nächsten Mal.